Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, nachdem wir in der letzten Folge schön gekämpft haben mit der Black Mamba, mit dem Mehrfachgeschütz-Corvette, bin ich mit der, weil ich halt dann dort nochmal ein bisschen später hin bin und hab nochmal die Polymerkondensatoren gekauft. Ich hatte nämlich dann einige von den Drohnen erstmal eingesackt, damit ich mir die Polymerkondensatoren auch ins Schiff holen kann. Relativ easy und hab da auch noch eine ganze Menge mit. Ich hatte irgendwie 27 mitgenommen, 11 sind noch da, also 16 hatte ich verbraucht für bestimmte Sachen für die Schildbooster, denn die könnte ich nochmal ein bisschen upgraden und hab tatsächlich jetzt eine Schildstärke von 5.220. Das ist ganz schön enorm. Da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel machbar. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Denn zumindest, ich bin jetzt nochmal bei Leijang. Ich bin für die Schildbooster, musste ich allerdings zu Didi Vatermann. Denn nur der kann die Schildbooster auf Grad 5 upgraden. Oh, das hat auch bei allem super funktioniert. Da ist vielleicht, ich glaube bei zwei oder drei Schildboostern könnte ich noch 1% rausholen. Bei zwei der Schildboostern, da ist es schon mal irgendwie etliche Prozent über das Maximum hinaus. Also gleicht es das irgendwo aus, dass da schon so gut wie das Maximum drin ist. Und auch hier beim Schild selber, da kann ich tatsächlich, ich dachte, da kann ich noch ein bisschen mehr rausholen über die verstärkten Schilde Grad 5. Aber auch da die optimale Stärke, die ist da schon überschritten. Man könnte das natürlich nochmal hier so ein bisschen irgendwie optimieren. Müsste ich aber nochmal bei Helpskomponenten suchen. Und Leitfege, Polymere, auch die würden wir da bekommen. Ich glaube, die lagen die dort in der Kampfzone mit rum. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist ja auch nicht so schlimm. Auf alle Fälle liegen die dort in diesem Material in Eldorado auf alle Fälle rum. Die Helpskomponenten, glaube die gibt es dort auch. Arsen wäre noch da. Ja, jedenfalls, das ist schon mal gut. Was ich aber hier noch machen möchte, das sind die Sensoren. Da habe ich ja derzeit den Winkelscanner Grad 4 drin. Und der Ferndistanzscanner ist ja schon ganz geil. Dafür fehlt mir leider Niobium. Was für ein Zufall. Gibt es auf dem Planeten, auf dem wir uns befinden, Niobium. So, genau da. Ah, okay. Also, ich würde den tatsächlich dann auch eher auf Ferndistanz bei dem Schiff bringen. Weitwinkel. Ich habe jetzt Weitwinkel 4 drin. Selbst da geht noch was. Also, der Scanwinkel ist so schon enorm hoch. Das ist Wahnsinn. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Aber, ja, so auf Reichweite ist schon ganz geil. Fand ich nicht schlecht. Ich meine, theoretisch würde da Grad 3 reichen. Aber, da ich das Schiff schon aufs Maximum bringen will, mache ich halt Grad 5 draus. Und deswegen bräuchten wir bloß, weiß nicht, 2-3 Mal Niobium finden. Dann hätten wir hier irgendwie um die 10 Würfe. Das würde reichen. So, dann heute. Moment, mal ganz kurz in die erweiterte Wartung schauen. So, genau. Es wurde ja immer mal wieder gefragt, wie ich denn das Spiel steuere, beziehungsweise die Steuerungsdaten oder die Bindings. Die packe ich für euch jetzt auch nochmal in die Option rein. Äh, in die Option, in die Videobeschreibung. Wer sich die mal rauskopieren möchte, kann das gerne tun. Und ich versuche jetzt mal. Ich habe eigentlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt. Weil ich meine, das mal irgendwann gesehen zu haben, dass wenn ich zum Beispiel irgendeine Tasteneingabe mache. Es gibt ja die Bildschirmtastatur, die meine ich aber nicht von Windows. Sondern, wenn ich eine Tasteneingabe mache, dass dann mir auf dem Bildschirm angezeigt wird, welche Taste gedrückt wird. Das geht zwar auch mit der Bildschirmtastatur von Windows. Allerdings, nur wenn ich zum Beispiel Alt drücke, die Windows-Taste, Leerzeichen, Tab und so weiter. Aber nicht, wenn ich WASD oder irgendwas anderes drücke. Dann wird mir das dort nicht angezeigt. Aber ich bin der Meinung, es gibt irgendwo ein Tool, wo man dann sieht, was ich drücke, um wie das Schiff zu steuern. Ich könnte auch die Webcam auf die Tastatur richten. Aber da müsste ich erstmal ewig alles umbauen. Das wäre nicht ganz so geil. Und deswegen versuche ich so einfach mal ein bisschen zu erklären. Und packe euch die dann mal mit in die Videobeschreibung rein. Als kleines RAR-Paket. Das sollte nicht so groß sein. Also ganz klein eigentlich bloß. So, dann würde ich sagen, wir heben einfach mal hier ab. Und um die Koordinaten geht es ja auch nochmal. So, als allererstes, wenn ich mit dem Schiff abheben möchte. Ich weiß nicht, wie die Standardeinstellungen sind. Ich habe die mir vorher nicht nochmal angeschaut. Ich steuere das, ich glaube nämlich, vorher waren die Einstellungen mit WASD, war W und S zum Schub regulieren, wenn mich nicht alles täuscht. Oder X und Y, irgendwie ganz merkwürdig. Bei mir, wenn ich das Schiff nach oben bewegen will, nehme ich W. Das ist bei mir das komplette Schiff einmal nach oben bewegen, sprich die vertikalen Schubdüsen des Schiffes. Die gehen nach oben. Auch somit das ganze Schiff. Wenn ich S drücke, geht halt das Schiff nach unten. Klar, kann ich jetzt hier nicht so sehr machen, weil wir 1,3 G haben. Sonst schlage ich hier bei dem direkt auf. Und dann kann mein Raumschiff zur Resteverwertung nutzen. Dann A und D mit A nach links und mit D halt nach rechts bewegen. Ganz einfach. Also ich nutze W und S nicht, um das Schiff nach vorn und nach hinten zu fliegen, sondern nach oben und nach unten zu bringen. Und A und D nach links und rechts zu bewegen. So ist es für mich einfach am intuitivsten. So war das von Anfang an, ohne dass ich ewig die andere Steuerung geflogen bin. Das war für mich ein totaler Graus von Anfang an, so wie es für viele andere anscheinend auch ist. Deswegen W nach oben, S nach unten. Huch, ein bisschen vorsichtig sein. A nach links und D nach rechts. Also ganz normal. Ja, so, für mich. Dann für die Schubsteuerung habe ich mir Shift. Das passt halt gut. Wenn ich wäre, ASD, bliege ich sowieso immer auf Shift mit dem kleinen Finger. Shift beschleunige ich halt das Schiff. Und mit Steuerung verlangsame ich das Schiff. Mit X die Steuerung komplett auf 0. Und auf dem Mausrad habe ich dann Mausrad nach oben 100% Schub. Mausrad nach unten 75% Schub, weil ich die 75% hier immer für die Anflüge im Supergroß nehme. Also Shift, Vorwärtsschub, Schub beschleunigen, Steuerung, Schub drosseln, X, Schub 0. Da ich später dann noch, gerade für die Anflüge auf Planeten, eine etwas geringere Geschwindigkeit manchmal nehme und nicht die 75%, was ja wie gesagt auf dem Mausrad unten ist in dem Fall, nehme ich bloß 50% Schub. Und das habe ich mir ganz einfach auf die 5 gelegt. Das war bei mir halt noch frei zu dem Zeitpunkt, als ich das mal gemacht habe. Deswegen 50% Schub bei mir einfach auf der 5. So, dann hätten wir das einmal, ich fliege mal so ein paar Meter, ach genau, und Boost ist bei mir auf Tab. Ganz einfach. Würde gehen, wenn ich endlich mal das Fahrwerk einfache. Fahrwerk in dem Fall auf F wie Fahrwerk. So, L ist das Licht. Ganz normal, Licht an- und ausschalten wäre das L bei mir. Und Q und E drehen das Raumschiff um die eigene Achse. Also Q und E dreht sich's bei mir. Ich glaube, das war vorher auf A und D. Und das war halt so eine Sache, damit kam ich überhaupt nicht zurecht. Also Q links, E rechts, klar. Ja, wie gesagt, Tab ist dann der Boost. Und Alt, mit Alt mache ich den Flugstabilisator aus. Muss ich jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch das liegt alles im Bereich des Möglichen direkt von der linken Hand aus. Dann die Waffen ausfahren. Entweder mit diesem, ich glaube, Circumflex, heißt dieses kleine Dächlein, dieses kleine Zelt. Links neben der 1 und über Tab. Damit fahre ich die Waffen aus. Oder halt, man fährt die Waffen aus, wenn man irgendeine Waffe aktiviert. Dann fahren die ja auch aus. Also so würde ich die Waffen ausfahren. Und mit diesem Über-Tab, mit diesem kleinen Circumflex, die Waffen auch wieder einfahren. So, Schildzellen, für den Kampf auch. Ach nee, Moment, wir machen erstmal was anderes. Ziel vor mir anvisieren. Das mache ich, da habe ich halt eine Maustaste für benutzt. Da habe ich zwei Maustasten. Einmal, genau, die vordere Linke der beiden Maustasten, die hier dran sind. Damit wähle ich mein, also ich glaube, die Maustaste 4, 5 oder was das ist, als was die angegeben ist. Muss jeder bei sich selber mal gucken, wie viele Tasten die Maus hat. Wedensfalls eine links an der Seite, die ich locker mit einem Daumen erreichen kann. Damit wähle ich halt die Ziele vor mir an. Mit der direkt da drunter würde ich in den Frameshift-Antrieb steigen oder zum nächsten Sprung. Das ist gleich. Wenn ich jetzt, wie manchmal, schon das nächste Ziel ausvisiert habe, das allerdings irgendwo unterhalb des Planeten, in dem Fall liegen würde, irgendwo da, könnte ich die Taste nicht nehmen, weil die dann hauptsächlich zum Sprung gehen würde. Deswegen habe ich noch eine andere Taste belegt, um das Raumschiff nur in den Supergroß zu bringen. Und das ist bei mir Z. Die war noch frei. Also Z war noch frei. So, dann, genau, für die 1 geht es halt nach links. Das sind die Sachen noch. Die 2, ah, hallöchen, alte Schwabe, grüß dich. Geht es nach oben in das Kommunikationsmenü. Die 3 unten, was die 3 früher mal das Radar war, ist jetzt da unten. Die kleine Information. Mit Q und E schalte ich halt die ganzen Sachen durch. Ich weiß nicht, ob das auch Standard war oder ob ich das so gelegt hatte. Jedenfalls Q und E schalte ich hier überall durch. Und mit W und A gehe ich auch hier hoch und runter zum Beispiel. Und die 4 halt hier rechts, das ganze große Menü noch. Auch hier mit Q und E alles durchschalten. Und A und W hoch und runter. Und Leertaste halt bestätigen. Und mittleres Mausrad übrigens, damit mache ich die Sicht jedes Mal frei. Wenn ich das mittlere Mausrad reindrücke, dann kann ich den Kopf frei bewegen. Bis zur Nackensteife kann ich den hier hin und her schwenken. Oder nach oben. So. Oder halt dann auch wieder festmachen. So, das wäre das soweit. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Wenn ich jetzt, warte mal, dann müsste ich eventuell, mich selber kann ich ja nicht auswählen. Das ist ein Typ 7 Transporter, das ist ganz gut. Hinter mir. So, schon geht der Weitwinkel-Scanner an. Was will der denn von mir? Maximus Ang. Der ist sauber. Beim Ziel kann ich mit R und T die Subziele durchschalten. R läuft rückwärts die Komponenten oder die Module des anvisierten Schiffes durch. Aus dem einfachen Grund, wenn ich nämlich die Subziele rückwärts durchschalte des Gegners, dann bin ich schneller beim Kraftwerk, was ich ja öfter mal treffen möchte. Bei den großen Zielen zum Beispiel. Also bei dem Kraftwerk, man kann sich das immer merken, sind das so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten drücke meistens bis zum Kraftwerk, wenn man die rückwärts durchschaltet. Deswegen das bei mir auf R, direkt neben E, weil das halt noch am günstigsten erreichbar ist. Und T, eine Taste weiter, falls ich mal zu weit bin, dass ich da direkt wieder zurück kann. Ich sage es nochmal, wenn ich jetzt T drücke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Tasten. Je nach Kampfschiffe können das auch mal 12, 13, 14 Tastendrücke sein, bis man die Ziele vorwärts durchgeschaltet hat. Deswegen bei den Subzielen immer irgendeine Taste suchen, dass ihr die rückwärts durchschaltet. Das ist auch so in den Optionen angegeben, um da dann ganz einfach schneller beim Kraftwerk zu landen. Je nachdem, was ihr natürlich priorisiert bei einem Schiff. Bei mir ist es immer das Kraftwerk, gerade bei der Anaconda oder den größeren anderen Pöcken. Da ziele ich ja dann ganz gern mal drauf. So, dann, was haben wir noch genau? C ist bei mir die Schildzellenbank, ganz einfach. Ich nutze es jetzt mal, brauche es aber nicht. Und jetzt mein liebstes V, meine Düppelwerfer. Das wäre V, V ist bei mir Düppel, C ist Schildzellenbank, V ist Düppel, F hatten wir schon für das Fahrwerk. Dann die Tasten G und H, die sind dafür, das kann ich jetzt nicht zeigen, um die größte Bedrohung, tatsächlich, die größte oder die nächste Bedrohung anzuwählen. G dürfte, ich glaube, G ist höchste Bedrohung und H ist das, nee, H ist höchste Bedrohung für H und G ist das nächste Ziel anwählen und H ist höchste Bedrohung. Genau, G ist alle Ziele durchschalten nacheinander und H ist höchste Bedrohung. Dann kommt direkt daneben J. Das wäre halt ein Wing-Mitglied anwählen und K und L auf dessen Ziel gehen. Ist jetzt vielleicht nicht so notwendig. Dann hätte ich noch andere Sachen, da müsste ich aber mal Ruben rausholen. Ruben mittlerweile auf 78%. So, Ruben ist draußen. Ruben, mit U könnte ich Ruben angeben, dass er ein Ziel angreifen soll. Da rechts oben kommt dann der Ziel anvisieren. Ich habe jetzt nichts anvisiert, aber theoretisch würde das halt so funktionieren. Kann sich Ruben selbst anvisieren? Es geht zumindest, aber er macht nichts. Jedenfalls U ist... Genau, Z hatte ich ja schon erklärt. Das ist dieser Übergang in den Supercross-Modus. U wäre dann Ziel anvisieren vom Fighter. I ist immer den nächsten Routenpunkt wieder auszuwählen, wenn ich mit dem Explorer-Schiff unterwegs bin und meinetwegen eine 15-Sprünge-Route geplant habe und dann in dem System irgendwo einen anderen Planeten ausgewählt habe, damit ich nicht immer wieder in die Galaxiekarte muss oder links ins Navigationsmenü einfach I drücken, damit automatisch die nächste... die nächste... na... die nächste Sprung... das nächste Sprungziel angewählt. So. Dann O. O lässt Ruben wieder andocken mit seinem Fighter und P wäre dann halt noch das Pausenmenü ganz einfach wieder. Da habe ich nichts dran geändert. Das wäre bei mir zum Beispiel noch frei, weil ich P niemals für dieses Pausenmenü hier nehme. Ja, das wäre es soweit. Ich habe da noch über die Pfeiltasten... Ich glaube, das ist Standard über die Pfeiltasten. Rechts unten die Pips verändern bei den... bei Systemantrieb und Waffen. Das wäre es noch. Und... Ja, dasselbe habe ich nochmal über die F1-4-Tasten gelegt, weil die auch oben recht günstig sind. Wenn ich manchmal von der Maus nicht los kann mit der rechten Hand, dann nehme ich die F-Tasten von der linken Hand und kann auch da über... Maustaste über F4 auf Standard zurück und dann 1 wäre zum Beispiel die linke... also das System anwählen, dann 2, der Antrieb, F3, also F1, F2, F3, die Waffen und F4 dann wieder auf Standard zurück. Genau dasselbe über die Pfeiltasten. Das ist... Das nimmt sich nichts. So, das wären eigentlich... Das wären eigentlich so... Achso, genau. Auf... Genau, stimmt unten noch. Unten die Reihe. B wären dann noch die Kühlkörper. Wenn ich welche dabei habe, da zünde ich immer die Kühlkörper. Also unten ist C, Schildzelle. V ist Düppel, B ist Kühlkörper. N... Mit N... Da, genau, wechsle ich ganz einfach die Feuergruppen durch. Ich habe gerade nur... Ich habe gerade nur eine... Und ich zeige es mal eben. Genau. Mit N würde ich die Feuergruppen durch wechseln. M ist bei mir gar nicht vergeben bisher. Das wäre auch noch eine Taste, die wäre noch frei. Mit Punkt und Komma. Punkt und Komma, das habe ich von den alten X-Spielen so übernommen. Punkt, damit öffne ich die Systemkarte und mit... Ne, mit Komma. Sorry, mit Komma öffne ich die Systemkarte. Mit Punkt öffne ich die Galaxiekarte. So. Kann man immer schön hin und her switchen. Das habe ich ganz einfach auf Punkt und Komma gelegt. Und auf nichts anderes. Das gehört sich für mich so in Weltraum spielen. Das mache ich immer als erstes. Das ist für mich einfach Standard. Ja. Und das wäre es eigentlich soweit. Genau. Da kommt noch ein Schiff. Bounty. Eine kleine Bounty-Adder. Mh, Bounty würde ich auch mal wieder gerne essen. Anomale Scan-Massen-Daten. Äh, Massenscann-Daten. So rum. Das sind sogar zwei Schiffe. So eine Side-Winder. Also das wäre halt meine Mausen-Tasten-Konfiguration von der Tastatur. Ich finde die eingänglicher als die Standard-Eingaben vom Spiel. Müsst ihr halt mal schauen, ob ihr damit eventuell selber besser zurechtkommt. Ihr müsst bloß ein bisschen aufpassen. Denn, falls ihr schon euren SAV belegt habt, der wird hier mit überschrieben, wenn ihr meine Bindings, meine Steuerungsoptionen da rein kopiert. Ich packe in dieses kleine Raddokument nochmal eine kleine, ganz einfachen, simplen Text-File über den Text-Editor für Windows, wo ich dann nochmal jede Taste reinschreibe, die irgendwas macht. Und wo ihr das nochmal reinkopieren müsst. Das steht da nochmal mit drin. Ich steuere derzeit mein Buggy, wer das eventuell auch so hat am PC, über den Playstation-4-Controller ohne irgendeinen Playstation-4-Emulator. Also ohne einen Gamepad-Emulator, dass zum Beispiel das Xbox 360 oder Xbox One Pad oder so emuliert wird. Das geht auch so. Aber ich glaube, da müsstet ihr euch euer selber dann nochmal einstellen. Da wir vermutlich die wenigsten am PC mit einem Playstation-4-Gamepad spielen. So, das wäre es erstmal. Kopiert euch vorher eure nochmal raus und speichert die ab und kopiert erst dann meine rein. Nicht, dass da irgendwie was kaputt geht bei euch. Gut, das wäre es dann erstmal für heute. Das war ein bisschen viel Erklärung. Hier ist im Prinzip nichts passiert. Aber auch das wurde sich mal gewünscht. Und dann geht es noch um die Koordinaten und so weiter. Und das machen wir aber im nächsten Video mal. Da zeige ich das mal. Da ich heute noch die Folge hier rausbringen möchte. Sonst kriege ich das nicht mehr gebacken, wenn das wieder länger wird. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schönen Tag noch. Viel Spaß beim Rumprobieren. Und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.